Grüß Gott, ich will mein Das kommt weg Teil 17 machen und ich fange schon glaube ich zum fünften oder sechsten mal an. Gott ey. Ich habe ein paar Sachen, die ich halt aussortieren will, weil sie kaputt sind oder weil ich sie schon so lange habe. Und ich habe mich endlich mal aufgerafft, ein paar Sachen aussortieren, die eben wirklich kippt sind, was ich trotzdem in der Sammlung gehabt habe. Fangen wir mal mit dem da an. Das schaut auch aus, als wäre es schon kippt. Das ist ein Fixierspray von P2. Es ist gelblich worden. Das war am Anfang nicht so. Ist ja egal, weil ich kann damit nicht sprühen. Ich kann es euch gerne demonstrieren. Der Pumpe-Spray dürfte was haben und ich kann es auch nicht aufdrehen, sonst hätte ich es damals so verwendet. Aber es geht nicht. Oh, die Sonne kommt raus. Aber es geht nicht. Deswegen werde ich das jetzt entsorgen. So wie die beiden leider. Weil eins ist von Aveo, eins ist von Balea. Die beiden sprühen auch nicht mehr. Ich weiß nicht, was da in letzter Zeit los ist. Bei mir ist irgendwie immer der Wurm drin. Oh, ein bisschen was kommt raus. Aber er sprüht halt nicht mehr. Und die sind beide leider nicht mehr im Sortiment. Ich glaube... Oder? Ich glaube, beide gibt es nicht mehr im Sortiment. Und ich mache die beiden aber wirklich sehr gern. Und ich werde es mir auch besser nicht nachkaufen, wenn das nicht so funktioniert, wie man sich das wünscht, wenn das nach einer Weile aufhört zu sprühen. Ich meine, der Kokos, der ist fast leer. Und bei dem Rose ist auch ein bisschen was noch drin. Aber es ist halt wirklich doof, wenn da noch ein bisschen Produkt übrig bleibt. Dann habe ich zwei Yves Rocher-Creme. Meine Schwester hat mich nämlich gefragt, ob ich irgendeine Pflege weiß für ihre trockene Haut. Und ich habe gleich gesagt, sie braucht sich nichts kaufen, weil ich habe zwei Yves Rocher-Sachen, die ich abgeben werde, weil ich die eh nicht verwende. Das ist einmal die hier. Beide sind eigentlich Nachtpflegen, aber... Ja, habe ich hier eh schon gebeistet. Aber was soll ich damit, wenn ich es eh nicht verwende? Und ich habe eh so viele andere Sachen, also kann ich mich ruhig davon drehen. Und eine sieht so aus. Die hatte ich auch eine Zeit lang im Badezimmer. Riecht auch angenehm. Aber ich benutze sie als Dekodé-Creme einfach nicht. Nein. Und deswegen kommt sie weg. Was ich noch entsorgen werde, sind diese... Was wirklich ekelhaft ausschauen. Diese Barfuß... Wie heißen die Fuß? Erfrischungstücher. Die habe ich im Sommer sehr gerne. Im Sommer wirklich sehr gerne. Nur sind die austrocknet schon wieder. Bei mir geht das so schnell, dass sie austrocknen. Ich weiß auch gar nicht, ob ich sie mir nochmal kaufe. Weil... Ich weiß nicht. Irgendwie hat das nicht so viel Sinn. Die muss ich leider auch aussordieren. Die habe ich extra von meiner Filialleitung bekommen. Das ist nämlich dieses Halt-Haus-Totes-Meer-Therapie. Ich glaube, die gibt es sogar gar nicht mehr. Aber das ist umgekippt. Das ist gelb. Boah. Es schaut ureklig aus. Ich zeige es lieber nicht in die Kamera. Es schaut wirklich eklig aus. Und deswegen werde ich es entsorgen. Kommt auf den Entsorgen-Stapel. Ja. Was noch zum Entsorgen ist... Die Kiste ist so grauslich. Das schaut nämlich wirklich schon extrem widerlich aus. Seht ihr das? Das ist so... Schaut aus wie Schimmel. Das ist ein Topcoat gewesen von OPI. So sieht er aus. Ja. Werde ich natürlich auch entsorgen. Dann habe ich hier ein Nagellack. Der Staub bringt mich um, Leute. Der ist nämlich total dreckig in dieser kleinen Kiste. Pah. Und der Staub bringt mich um. Ich habe einen Nagellack aussortiert. Ich habe den, glaube ich, noch nie verwendet. Außer einmal, glaube ich, zum Probieren. Und mir gefällt der auf meinen Fingernägeln nicht. Und deswegen... Das ist so ein knalliges Rosa. Ich habe den leider mal geschenkt bekommen. Aber der war nämlich aus so einer Catrice Alley, wo ich auch zweimal den grauen Haar habe. Ich dumpf packe. Aber der ist nicht für mich. Den gebe ich auch auf den Stapel, wo ich immer was herschenke. Oh Gott, mich juckt es im ganzen Gesicht. Dann habe ich hier einen Glitter-Eyeliner, glaube ich, ist das in Gold. Ja. Den benutze ich aber nicht. Was mache ich damit? Den habe ich mal zu Weihnachten, glaube ich, oder so bekommen. Aber den benutze ich nicht. Und deswegen kommt der in die Tüte für meine Nichte. Weil die wird sich sicher drüber freuen. Dann habe ich eine Mascara. Und ich glaube, ich werde die aber auch entsorgen. Sorry, wenn ich die ganze Zeit in die Haare fummel, aber das nervt so. Weil ich glaube, die ist mir ausgetrocknet. Die sieht so aus. Man sieht, es ist kaum noch Produkt da oben. Also zumindest empfinde ich das so, dass da kaum... Also beziehungsweise auf die Wimpern kriege ich da nichts drauf. Deswegen kommt die mal weg. Was noch wegkommt, und das hat mir echt... Also das ist mir verdammt schwer gefallen, das auszumisten. Das habe ich schon sehr, sehr lange. Und ich habe das Produkt so geliebt, habe es aber nie benutzt, weil ich nicht wollte, dass es leer geht. Voll behindert, ich weiß. Aber es geht um ein Essenzprodukt. Das war mal limitiert. Aus dieser Fruity Allee, ich weiß nicht, ob ihr euch noch an die erinnern könnt. Ich habe da auch Nagellacke auch noch. Das ist mir nämlich total eingetrocknet. Es riecht auch noch so wie früher. Aber ich muss es wegwerfen. Ich kann es eh nicht verwenden. Deswegen werde ich es jetzt entsorgen. Schweren Herzens werde ich es entsorgen. Aber was soll ich denn damit? Wenn ich es noch weiter aufhebe, wird es ja auch nicht besser. Deswegen kommt es jetzt weg. Das ist ein Crackling Topcoat gewesen. Ja, der ist mir glaube ich auch gekippt oder so, weil der hat sich geteilt. Also das Weiße pickt an der Wand rum von dem Nagellack und das Flüssige schwimmt da rum. Also echt widerlich, deswegen kommt er weg. Dann habe ich da einen Tippkleber. Keine Ahnung, wie so, aber den werde ich auch entsorgen. Dann habe ich hier noch... Das werde ich aber nicht wegschmeißen. Das war nämlich ein Tester, das habe ich mir mal genommen. Boah, der Staub, Leute. Bist du deppert. Das habe ich mir mal mitgenommen von der Arbeit. Aber ich benutze es nicht. Es ist aber glaube ich fast leer. Aber ich werde es mir dann nicht erschenken. Der ist glaube ich auch schon sehr alt. Ich glaube, den haue ich auch lieber weg. Ich glaube, den schmeiße ich auch lieber weg. Oder soll ich ihn meiner Nichte geben? Ich weiß nicht, er ist halt verdammt alt. Er riecht auch noch ganz normal, aber sie soll ihn mal probieren. Und wenn er nichts ist, dann soll sie ihn entsorgen, was sie... Nein, okay, ich glaube, ich schmeiße ihn lieber weg, weil er färbt ab. Seht ihr das? Ich glaube, der kommt lieber in die Tonne. Ich habe noch drei solche Creme Rouge. Die habe ich ja damals gesammelt, gebe ich ganz offen und ehrlich zu. Das schaut aus wie so ein komisches Jelly von der Vampires Laufeli. Ich glaube, ich werde aber alle wegschmeißen. Ich weiß nicht, ich traue mich, die nicht meiner Nichte geben. Ich meine, ich benutze jetzt auch ein altes, weil ich habe dieses Creme Highlighter-Ding auch in so einer Verpackung. Ich habe sie nie verwendet. Sie waren, glaube ich, nur einmal... Ich meine, offen waren es schon mal. Da steht zwölf Monate halb ein nach dem Öffnen. Ich bin mir echt nicht sicher. Ich glaube, aber ich werde es lieber... Also das haue ich auf jeden Fall weg von dieser Vampires Laufeli. Bei den beiden, die schauen eigentlich noch relativ okay aus. Aber wenn sie das nicht runterkriegt, ist es ja auch nichts in der Sache, oder? Dass sie sich das ins Gesicht klatscht. Weil wenn man das auf die Haul auftragen hat, dann bleibt da so ein Stain. Ich meine, okay, sie heißen Cheek Tint, aber wer will sowas? Deswegen, glaube ich, werde ich es lieber wegwerfen. Ich bin mir bei denen echt nicht sicher. Ich glaube, ich werde es entsorgen. Ich habe dann auch so einen ganz, ganz alten MAC Lipgloss, wo sogar der Stöpsel schon gebrochen ist und der mega ekelhaft ausschaut. Also wirklich, wirklich ekelhaft ausschaut. Den werde ich auf jeden Fall entsorgen, also beziehungsweise in die Back to MAC Kiste geben, weil der ist echt gruselig. Der ist wirklich gruselig. Den habe ich jetzt noch nicht so lange und den werde ich auch verschenken und nicht wegwerfen. Das ist nämlich von Sleek so ein Lippenstift gewesen. Aber ich habe ihn nie verwendet und ich habe so viele Rottöne. Deswegen, meine Schwester hat nämlich eine Freundin, die auch gern, also die hat mich mal gefragt, ob ich, wenn ich außer dir auch hier was gebe und ich sage, meine Schwester, sie soll ihn ihr geben, wenn sie ihn haben will, weil, ja, das hat nicht viel Sinn, glaube ich mal, oder? Dann habe ich noch zwei Lippenstifte, die, ach, voll eklig auch schon. Einmal den, hier, den werde ich aber wegwerfen. Den mag ich selber nicht und wenn ich ein Produkt nicht mag, dann gebe ich es auch nicht. Das ist von Makeup Factory, die Farbe 153. Oh. Aber ich mag ihn überhaupt nicht, deswegen wird er entsorgt. Meißen wir gleich da rein. Dann habe ich noch einen Glitter-Eyeliner, der auch leider ausgetrocknet ist. Ich hatte ihn schon eine Weile, schon sehr, sehr lange eigentlich. Und ich mochte das ja früher auch gerne, wisst ihr über den Eyeliner-Glitter drüber. Nur jedes Mal, wenn ich den oben gehabt habe, haben mich die Kolleginnen verarscht, dass es so komisch ausschaut. Obwohl der ja urschön ist eigentlich. Man sieht ihn auch kaum, weil der so changiert. Ich habe ihn auch schon eigentlich gut aufgebraucht, ihr könnt das ja eh sehen. Also ich habe ihn sehr brav verwendet, aber der Rest, der ist mir einfach austrocknet. Ich kriege da nichts mehr raus. Und deswegen habe ich mir gedacht, werde ich ihn ausmisten. Dann habe ich auch leider einen Mac-Lippenstift, den ich ausmisten muss. Weil der wirklich komisch riecht. Der riecht extrem komisch. Wah. Vielleicht nehme ich mir den aber mal mit und gehe mal zu Makeup, weil ich so eine Farbe wieder haben will. So sieht der aus. Der war leider mal Limited Edition. Too Pumper heißt der. Und den mochte ich so, so gern, aber der ist leider gekippt. Leider. Ja. Finde ich voll beschissen, aber was soll ich machen, wenn ich so viele habe, dass ich sie nicht verwenden kann. Deswegen versuche ich jetzt so ein bisschen durchgehend ein Bar zu verwenden. Also die, die ich zumindest sehr gern mag. Die verwende ich sehr, sehr oft. Dann habe ich hier einen Wimpernkleber. Und weg ist er. Als letztes habe ich noch einen Wimpernkleber. Das ist dieser Du Wimpernkleber. Den habe ich mir bei Müller gekauft von Miss Lien. Ich mag den nicht mehr. Ich finde, der stinkt bestialisch. Und bei mir ist er auch schon so gelblich. Deswegen. Ich hatte ihn aber die ganze Wiese jetzt in dieser Schachtel und trotzdem ist er mir umkippt. Also, ne. Also ich kaufe mir den auf gar keinen Fall mehr nach. Ich habe jetzt einen anderen, aber mit dem bin ich jetzt auch nicht so zufrieden. Ich glaube, ich habe mir sogar einen von Makeup Factory gekauft. Habe ihn aber noch nie benutzt. Also, ja. Würde ich mir auf gar keinen Fall mehr kaufen. Deswegen sortiere ich ihn auch aus. Ja, das war's. Ich werde die Sachen sofort gleich wegräumen, damit ich das erledigt habe. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen, auch wenn es ein bisschen chaotisch ist. Und ich glaube, ich muss unbedingt zum Friseur und mir dieses Ding da abschneiden, weil das macht mich ja extrem aggressiv. Nur wenn ich sie so zurückgebe, schaut es so kacke aus. Ich weiß nicht. Heute bin ich irgendwie nicht zufrieden mit meinen Haaren. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ähm, ja. Ihr könnt mir ja gerne mal schreiben, wie ihr das findet, was ich alles aussortiert habe. Also ich bin schon sehr stolz auf mich. Ich dachte nur, es wäre mehr. Irgendwie habe ich mir das wahrscheinlich einbildet. Aber ich werde so im Laufe der Zeit noch ein bisschen durchschauen. Zum Beispiel die Nagellacke. Da hat ja jemand unter mein Video, unter mein letztes geschrieben, ob ich euch nicht da mitnehmen kann. Könnte ich eigentlich machen. Aber das muss ich mir noch überlegen, auch wann ich das mache, weil das sind ganz schön viele Nagellacke. Ja, und mal gucken, wie ich das mache. Aber ich nehme euch da auf jeden Fall mit. Ja, ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Schreibt es mir mal in den Kommentaren, ob ihr auch was aussortiert habt, wo ihr euch gedacht habt, warum habe ich das so lange aufgehoben. Das war bei mir auf jeden Fall dieses Rouge von, also dieses Blasch Sauber von Essence von der Fruity L.A. Das war halt so aus nostalgischen Gründen, damit ich das Wort rauskriege, weil ich halt da so ein L.E. Jäger war und die total gehypt habe, diese Fruity L.E. Und ja, ich war ein richtiger Junkie, wie man sieht. Also könnt ihr mir gerne mal schreiben, ob ihr auch so was habt. So ein Retro-Ding, was ihr auch so habt. Vor kurzem Sparky. Und wir sehen sich dann im nächsten Video wieder. Bye.